In diesem Video geht es um die besten Kindermatratzen. Der Qualitätssieger in unserem Kindermatratzetest geht an die Julius Zöllner Kindermatratze. Der Klassiker unter den Premium Babymatratzen für das Babybett. Das mit dem Kinderarzt Dr. Carsten Lübbe entwickelte elastische Prinzip sorgt für eine ergonomische Lagerung und ein gesundes Wachstum. Der Aufbau aus 3-Punkt-elastischen Schaum- und Vlieslagen unterstützt die Wirbelsäule des Babys ab dem ersten Tag optimal. Vertikale Lüftungskanäle und die Noppenkontur der Liegefläche sorgen für eine durchgehende Durchlüftung der Matratze und ein gesundes Schlafklima. Der atmungsaktive Funktionsbezug Babyfresh und 3 mit Tencel-Fasern aus natürlicher Zellulose schützt den Schaumkern durch einen integrierten Nässe-Schutz. Der Bezug ist in zwei Teilen abnehmbar und bei 60 Grad waschbar. Die Matratze ist schadstoffgeprüft und in Übereinstimmung mit der EU-Sicherheitsnorm DINONG hergestellt. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist das Orto Matra Junior. Komfortable Hybridmatratze mit zwei Liegeflächen. Diese Kaltschau-Matratze verfügt über eine glatte, weiche Babyseite und eine etwas festere Juniorseite verwendbar bis ins Kleinkindalter. Die weichere Matratzenseite beinhaltet vertikale Lüftungskanäle für eine optimale Luftzirkulation und gute Liegeeigenschaften ideal für Babys bis zwei Jahre. Die stabilere Seite passt sich mittels der Mini-Schaumstoffwürfel perfekt dem Körper an und ist zudem umgeben von einer Trittkante für mehr Halt beim Aufrichten. Der hochwertig versteppte Klimawattebezug ist atmungsaktiv und beinhaltet Aloe Vera dank des Reißverschlusses abnehmbar und waschbar bei bis zu 60 Grad. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Kindermatratze-Test ist die SUN GARDEN Kindermatratze. Die Kinderrollmatratze besteht aus einem 9 cm dicken Komfortschaumkern. Der punktelastische Schaumstoff bietet ideale Festigkeit und Stabilität. Die Matratze gewährleistet eine optimale Druckentlastung und verhindert das Einsinken des Kinderkörpers. Zudem zeichnet sich die Kinder- und Babybettmatratze durch beste Gesundheits- und Umwelteigenschaften aus. Der Bezug der Kinderschaumstoffmatratze ist abnehmbar und bis zu 60 Grad waschbar. Mittels eines Reißverschlusses an einer der beiden Kurzseiten kann der Bezug geöffnet und problemlos abgezogen werden. Der Bezugsstoff besteht zu 100% aus Polyester. Zudem besitzt der Frottee-Stoff einen hohen Anteil an Naturfasern und ist mit atmungsaktiver Klimafaser durchzogen. Die schadstofffreie Qualität des Bezugs ist gemäß Ökotex Standard 100 geprüft und die besonders gute Hautverträglichkeit medizinisch getestet. Die hochwertige Komfortschaummatratze ist gleichermaßen für Baby- und Kinderbetten mit den Maßen 70 x 140 cm geeignet. Beide Liegeseiten sind mit der gleichen Stützkraft ausgestattet, so ist die Matratze beliebig drehbar und wendbar. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020